Viele Marktteilnehmer gucken mit Spannung auf die Märkte und hoffen, dass sie jetzt endlich mal Stärke einsetzt. Beim DAX ist das noch nicht zu sehen. Wer die Kerzenscharts mag, im Tagesschart oben rechts, der sieht, das ist nur eine rote Tageskerze, also noch nicht so richtig der Burner. Und auch wenn man Intraday so ein bisschen guckt, wir können auch mal rüber wechseln zum FDAX, dann sieht man so, das ist einfach noch nichts. Da ist noch keine Stärke zu sehen, das ist noch alles Abwärtsbewegung. Immerhin haben wir hier eine Mehrfachbodenbildung. Einige hoffen ja darauf, wenn wir ganz viele Böden haben, kann der Kurs nur nach oben gehen. Naja gut, lassen wir das mal so im Raum stehen. Ich würde darauf nicht zwingend wetten. Allerdings besteht natürlich die Chance, nachdem wir ja jetzt, ich switche nochmal zurück zum DAX, damit wir die Linien da drin haben. Hier, da haben wir die Juni-Tiefs, Juli-Tiefs, was war das? Juli? Ja, zweimal im Juli und dann natürlich das März-Tiefs, da wir da ja durch sind aktuell, ist natürlich die Chance, dass so ein Übertreiber nach unten, naja, oder Überschreiter nach unten ist vielleicht besser, dass der mal in eine Gegenbewegung kommt. Noch ist das allerdings nicht erkennbar. Also, ich würde noch nicht auf die Long-Seite wechseln, allerdings ein bisschen genauer hingucken, ob man noch massiv jetzt Short-Positionen aufbaut. Einige sagen, ja, guck mal, da hat er doch die Marke unterschritten. Das ist doch ein klares Short-Signal. Naja, geht so. Eigentlich ist das kein gutes Short-Signal. Das ist nämlich eigentlich eher ein Zeichen dafür, dass der Kurs jetzt erstmal geprüft wird, ob er da drehen will oder nicht. Allerdings müssen wir auch klar dazu sagen, wenn wir den DAX uns angucken, schaut euch das Ding an, ist hier schon irgendwas von Stärke zu sehen. Auch nur ansatzweise. Nee, nicht wirklich. Wir haben ganz klar hier eine Bewegung mit so vielen Gegenbewegungen, da würde ich sagen, das ist noch nicht zu erkennen. Aber wir haben ein neues Tief heute gesehen hier oder sind dran, sagen wir mal, an dieser Tiefmarke. Das heißt, jederzeit, wenn er jetzt mal was Starkes nach oben macht, was Wackeliges nach oben, kann das durchaus erst nochmal weiter nach oben führen. Ich habe hier mal so eine Zeichnung gemacht. Ich würde mich nicht so wundern, wenn das 13.200 oder sowas sehen wird. 1000 Punkte mal eben, wäre ja nicht schlecht. Aber noch ist das ein bisschen aus der Hüfte geschossen. Also wer jetzt da schon zu früh loslegt, der kann durchaus enttäuscht werden. Aber wir müssen, wir können, wir dürfen damit rechnen, das ist durchaus nicht untypisch, dass der Markt solche Bewegungen macht, auch wenn ich sie noch nicht sehe. Deshalb Tipp, bevor ihr jetzt zu früh zuckt beim Mikado der Börse, solltet ihr vielleicht ein wenig abwarten, bis das und sowas zu sehen ist. Also sprich, dass die starke Seite wieder aufwärts ist, die wackelige Seite, das muss man vielleicht dazu sagen, so halbe Strecke wieder zurückgeht und danach die Fortsetzung nochmal steil. Also wir wollen ja nicht, dass diese Korrektur zu tief geht. Das wäre ja natürlich auch nicht sinnvoll. Wer jetzt also sagt, aber hier hatten wir doch stark hoch, wackelig runter. Ja, aber der war ja tiefer. Wir wollen doch nicht, dass die Korrektur größer ist als das, was uns Mut macht um Himmels Willen. Nee, also das bitte nicht. Sondern wir wollen schon sehen, dass das hier eine starke Bewegung ist. Ein bisschen zurück, so halbe Strecke, plus, minus, so ein bisschen und das möglichst wackelig. So müsste das aussehen. Schauen wir mal, wie es der Dow hinkriegt aktuell. Das ist, naja, Minute vielleicht ein bisschen arg ambitioniert hier. So schnell kann ich gar nicht reden, wie ihr gucken müsstet. Das ist im 5-Minuten-Chart auch noch gut zu erkennen. Wir sind ja zumindest mal ein bisschen nach oben. Auch hier nochmal zur Erinnerung. Der Rücksetzer unter die Tiefs hier aus dem Juno. Das war bei 26,6. Ich mache es nochmal kurz groß. Ich weiß nicht, ob man es dann wirklich besser erkennt. Aber so als Idee, als Erinnerung dazu, das wäre das. Und der Unterbrecher allerdings hier, anders als beim DAX, zumindest mal eine grüne Kerze im Tageschart. Aktuell, vorsichtig, der Dow ist noch nicht am Abend. Da sind wir noch mittendrin. Also, da werden wir noch sehen, was der Markt davon hat. Ich muss aber sagen, jetzt gucken wir uns das mal im 5-Minuten-Chart an. Einfach nur mal, um so einen Eindruck zu bekommen. Na, na, na. Das war das Tief. Ja, der Kurs kam vorher von oben. Ihr seht das. Von oben runter. Das war das Tief. Und dann schauen wir mal. So Rücksetzer, Rücksetzer, Rücksetzer. Puh, 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 puh. Da ist viel Kursüberschneidung dabei. So richtig gute Laune sehe ich da noch nicht. Na ja, vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern. Aber so richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das noch nicht, was ich da sehe. Ich halte mich da eher noch mal ein bisschen zurück und eher ein bisschen bedeckt. So, wir sehen das gleiche oder sehr ähnliche hier beim S&P. Auch hier gilt, ich würde mich nicht wundern, wenn wir das Tief noch mal durchbrechen. Beim S&P Future umgerechnet auf den heutigen Kontrakt, den aktuellen Kontrakt, den sogenannten Front Month. Das wäre 3.640 in etwa, die wir da unterschreiten müssten. Das muss er natürlich nicht tun, aber es wäre so typisch, dass man einmal eben ganz kurz drunter ditchen, damit da ein paar Stops getriggert werden und anschließend geht der Kurs nach oben. Also jetzt auf die Kaufseite zu wechseln, ich weiß nicht. Jetzt auf die Shortseite zu wechseln, jetzt sind wir doch an der Unterstützung. Jetzt wird doch genau geprüft, da muss ich mich doch nicht voraus aus dem Fenster lehnen und sagen, boah, macht der bestimmt. Also, das ist eine typische Schiebewurst, die wir jetzt vor uns haben. Also ein bisschen abwarten. Nasdaq ebenfalls, ihr seht das, nicht wirklich dynamisch nach oben. Wer noch Short ist, klar, man ist häufig beides, aber wir beachten jetzt mal hier Nasdaq. Wer denn Nasdaq Short ist, also beides meine ich deshalb, weil man manchmal Long-Positionen hat bei einigen Aktien, aber vielleicht den Index geschortet hat mal zwischendurch. Das meine ich damit nicht, dass ihr jetzt wie Long und Short gleichzeitig. Ja, häufig hat man ja mehrere Positionen und dann kann es sein, dass man übergeordnet vielleicht Long ist, aber Intraday oder kürzerfristig sieht es ja im Moment nach einer Short-Situation aus und das ist hier nicht wirklich besser. Also, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich die Short-Seite bevorzugen, würde ich die Short-Seite jetzt hier handeln. Blindlings zu diesem Zeitpunkt nicht, denn wir sind schon stark gefallen. Wer Short drin ist, kann durchaus sagen, naja, wir warten mal ab, solange es nicht jetzt zu sehr diese Trendkanalbewegung überschreitet. Man könnte Stops hier irgendwie hinsetzen, beispielsweise, man kann natürlich auch sagen, komm, jetzt machen wir es dann noch enger. Kann man ja drin bleiben, auch in der Short-Position, aber neu eröffnen würde ich Shorties am Nachmittag vielleicht, wenn der Kurs sowas macht. Ihr seht, das Verhaltensmuster ist das Gleiche, wenn es möglichst deutlich ist, einwellig ohne Überschneidung oder dreiwellig, Entschuldigung, oder fünfwellig ohne Überschneidung. Wenn ihr zum Beispiel das hier jetzt seht, ich mache das mal größer, dann seht ihr Gegenbewegung, die waren wieder überschneidend. Also, trotz dreiwelliger Bewegung hier natürlich kein Short, weil das ist nicht eine tolle Dynamik, die überlappungsfrei ist. Achtet immer darauf, Überlappungsfreiheit, das ist sowas hier, mehr oder weniger einwellig, oder dass man sagen kann, okay, die Bewegung, die überschneiden sich nicht, das ist häufig ein ganz gutes Zeichen. Wenn ihr es nicht seht, weil es manchmal undurchsichtig ist, ja, hier ist es vielleicht so ein bisschen zu erkennen, hier ist es so ein bisschen zu erkennen, hier ist es dreiwellig so ein bisschen zu erkennen. Wenn ihr es nicht gut erkennen könnt, lasst es einfach weg, macht den nächsten Trade. Es geht ja gar nicht darum, immer mit dabei zu sein, aber wenn es mal besonders schön aussieht, dann zu sagen, na gut, bemühe ich mich halt auch und mache mal eine Runde mit. Also, für Longs, ich finde es persönlich zu früh. Ich glaube, das wäre noch nicht der richtige Zeitpunkt. Ich denke allerdings, dass es eine realistische Chance gibt, dass der Kurs irgendwann mal in Bälde dreht, nachdem wir so weit runtergekommen sind, jetzt so in dieser Unterstützungszone. Ob das dann allerdings der Anstieg Richtung 15.000 beim Nasdaq oder beim DAX ist, das werden wir sehen, beim DAO hoffentlich nicht, aber das werden wir dann noch sehen. Aber zumindest mal, dass wir hier wieder für viele, viele hundert Punkte mal hochkommen, uns ein bisschen die Übertreibung, die wir jetzt auf dem Weg nach unten hatten, ein wenig wieder zurückholen und dann wird neu entschieden, ob es danach noch weitergeht oder nicht. So richtig bullisch finde ich das Bild im Großen aktuell noch nicht. So, ich hoffe, dass euch das mehr hilft als verwirrt. In diesem Sinne, guckt es euch selber natürlich nochmal mit den gleichen Augen an, wie ich sie euch gerade beschrieben habe. Euch toi toi toi, liebe Grüße und bis dann.